Hey Leute, das ist erstmal alles in meinem neuen Video. Heute bin ich nochmal im Wald, heute aber ohne Penny. Und ich habe euch ja letzte Woche schon gesagt, dass ich gerne morgens an dem Wald bin. Deswegen bin ich jetzt auch nochmal hier im Wald und nehme euch heute nochmal mit. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like da. Vielleicht kann ich das auch gerne mal öfters machen. Aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Deswegen mache ich es ja diese Woche auch nochmal. Also ich will auf jeden Fall jetzt öfters Vlogs machen und sowas. Weil es mir einfach Spaß macht. Und ob ich das im Wald öfters mache, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht. Ich will auf jeden Fall nächste Zeit öfters Vlogs machen. Jetzt gibt es nochmal ein paar Erbsbilder für euch. Das war es dann auf dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 gentleb secondoael. ismox2 mulher